Nee, auch nicht, sagt der Schiedsrichter. Das sah aber ziemlich heftig aus. Aber die Ferler mit dem Abschluss. Und was für ein Tor. Lukas Petkov. Tunnelt frei und dann wie Arjen Robben. Rechts ins lange Eck. Vorher noch der Tunnler. Was für ein Strahl der SC Ferl führt. In Duisburg. 21 Jahre alt. Rotz frech zum sechsten Saisontor.